Moin und herzlich willkommen beim Suchmaschinen Marketing MOOC. Mein Name ist Erik Horster. Ich bin Professor an der Fachhochschule Westkiste mit den Schwerpunkten Digitales Marketing und Tourismusmanagement. Wenn Sie in Google AdWords arbeiten, dann müssen Sie auch eine Struktur anlegen innerhalb des Kontos. Wir haben mal, als wir in der Fachhochschule eine AdWords-Kampagne gestaltet haben, das von einer Agentur machen lassen, damit wir überhaupt eine Grundstruktur bekommen. Ganz schlechte Idee. Die Struktur einer AdWords-Kampagne, die machen Sie am besten selber. Denn die Logik, die innerhalb dieser Struktur vorherrscht, die müssen Sie hinterher auch verstehen. Und wenn Sie sich die erst mühsam aneignen müssen und die nicht zu Ihrem Produkt passt und auch nicht zu den Zielen, dann fangen Sie wieder ganz von vorne an. Genau das haben wir gemacht. Wir haben also alles verworfen und die Kampagne wieder komplett neu strukturiert. Und dann hat sie gepasst. Dann haben wir verstanden, was wir da machen, wie wir das aufeinander abstimmen. Und wie Sie eine Kampagne gut strukturieren können auf einer Meta-Ebene, also eine Grundstruktur, das möchte ich Ihnen in diesem Kapitel näher bringen.